Guten Morgen, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Das Land ist vollständig in Ihrer Hand. Sie holen die Juden aus Ihren Häusern und bringen uns alle ins Ghetto. Menschen sterben, Tausende. Auch die Allerkleinsten. Wir haben Platz. Wir könnten sie verstecken. Bring so viel, wie du kannst. Du musst Furchtbares durchgemacht haben. Die Deutschen kommen jeden Morgen. Du darfst kein Laut von dir geben. Mama? Haben Sie mir vielleicht etwas verheimlicht? Niemand versteht, wie schwer das ist. Du weißt nicht, wer deine Feinde sind. Und wer deine Freunde. Vielleicht verspüre ich deswegen, so eine Liebe zu Tieren. Du siehst in ihre Augen. Und du kannst direkt in ihre Herzen sehen. Was haben sie ausgeheckt? In ihrem kleinen Zoo. Du wirst deine Zeit wohl drauf! Wie viel